Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn für ein Schrott? Was ist das denn für ein Schrott? Das haben wir auf Video, dann schicken wir den zu. Den können wir Schrott behalten. Hier brauchen wir noch Geld zurück.